Von 1996 bis 2011 habe ich beim BVB gespielt, bei allen Jahrgängen und es war eine tolle Zeit für mich. Wo ich bei den Amateuren war, hat mich der Trainer zur Pro-Trainingseinheit gerufen. Nach diesem Training hat er mich umarmt und hat gesagt, ab jetzt bist du nur noch bei uns, bei den Profis. Für mich war das der beste Trainer, mit dem ich je trainiert habe. Und auf jeden Fall möchte ich, wenn es klappen würde, beim BVB anfangen, in der Jugend, wie U15, U16 und dann mich einfach weiterentwickeln. Ich hoffe, die geben mir eine Chance beim BVB und dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich auch dem BVB helfen kann, den jungen Spielern. Die Jugend muss man ändern. Die Trainer müssen besser werden. Wenn man es professionell angeht, dann kann man das auch schaffen. Das muss man erleben. Das kann man einfach nicht so beschreiben. Die Fans waren unglaublich und deswegen sind wir auch Meister geworden. Ich bin einfach froh, dass ich mit so einem Trainer wie Fazit helfe. Hier bei Gala 2. Mit ihm wurde ich auch Champion. Und das war einfach eine tolle Zeit. Ich bin sehr glücklich hier. Wir geben Gas und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben am Ende.